Hallo, mein Name ist Jens Wagenknecht und ich bin einer der Geschäftsführer bei Marvin Jeske Immobilien. Wir helfen unseren Kunden dabei, dass der Verkauf ihrer Immobilie so einfach und so reibungslos verläuft, wie Sie es sich vorgestellt haben. Oft genug hören wir dabei den Satz, ich verkaufe mein Haus alleine, das ist doch einfach. Aber ist es das wirklich? Denn ohne ein schlüssiges Verkaufskonzept werden Sie Ihre kostbare Zeit damit verbringen auf ein weißes Blatt Papier zu starren und zu überlegen, wo Sie überhaupt anfangen sollen. Sie brauchen zum Beispiel wichtige Dokumente und wissen gar nicht, wo Sie diese erhalten. Sie brauchen ansprechende Fotos Ihrer Immobilie. Weiterhin sollten Sie ein aussagekräftiges Exposé schreiben. Das Ganze wird dann anschließend im Internet veröffentlicht und ein Interessent nach dem anderen sollte sich bei Ihnen melden. Stellen Sie also sicher, dass Sie am besten auch tagsüber gut erreichbar sind, dass Sie Ihren Kalendergriff bereit haben und dass Sie auf die ersten Fragen Ihrer Interessenten schon gut vorbereitet sind. Haben Sie den Käufer für Ihr Anwesen gefunden, begleitet Sie dieser zum Notar. Nach der Unterschrift beim Notar wird das Haus als quasi letzter Akt in einer formellen Übergabe mit Protokoll an den Käufer übergeben. Wenn das jetzt doch nach mehr Arbeit klingt, als wir am Anfang des Videos noch dachten und wenn Sie sich diesen zeitfressenden, oft frustrierenden und teuren Lernprozess ersparen wollen, dann kontaktieren Sie uns. Wir nehmen allerdings nur wenige Neukunden im Monat auf, um sicherzustellen, dass wir unsere Qualität hochhalten. Melden Sie sich also bei MarvinJeske.com. Ihr Jens Wagenknecht Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.